Sowohl Vader als auch Sidious wurden im Star Wars Kanon ausführlich erforscht. Sowohl als Einzelperson als auch als Meister und Schüler. Vader rebellierte mehrmals und plante seinen Meister zu vernichten. Wie es jeder Sith Lord, der etwas auf sich hält, tun würde. So verlangt es ja auch die Regel der Zwei. Palpatine war seinem Lehrling natürlich immer einen oder sogar zwei Schritte voraus. Trotz ihrer dunklen Intrigen gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Vader und Palpatine, der in dem Roman Shadow of the Sith perfekt erklärt wird. Folgendes Zitat spiegelt dies sehr gut wider. Vader war ein Feuer gewesen, ein sich drehender Sonnendrache, der sich im Kern eines Sterns wälzte, der kurz davor war, zur Nova zu werden. Der Imperator war das genaue Gegenteil. Er war Eis, die furchterregende Kälte des Abgrundes eines unendlich tiefen Ozeans. Ohne Hoffnung. Eine Kälte, die so absolut, so endgültig war, dass alles Leben in ihrer Gegenwart verdorrte. Vader brannte immer in seinem Innersten, bereit auf eine Galaxis loszugehen, von der er glaubte, dass sie ihm alles genommen hatte. Er befand sich in einem endlosen Kreislauf aus Hass und Selbstverachtung und war kaum in der Lage, seine Wut zu kontrollieren. Palpatine hingegen hatte immer die Kontrolle über seine Gefühle, die Wesen um ihn herum und jede Situation, der er begegnete. Die Schauplätze, die die Sith Lords ihr Zuhause nannten, sind keine zufälligen Metapher. Vader entschied sich, seine Burg auf Mustafa zu errichten, dem Ort seiner demütigsten Niederlage, um mit seiner Wut im Einklang zu bleiben. Die Feuer von Mustafa schmiedeten buchstäblich die monströse Maschine, zu der Vader wurde, passend zu jemandem, der immer am Rand einer Explosion des Hasses stand. Nach seiner Niederlage an Bord des zweiten Todessterns wurde Palpatines Essenz in einen Klon transferiert, wo er in den kalten, kargen Tiefen eines alten Sith-Tempels auf Exegol hauste. Die ständigen Blitzeinschläge erinnerten an ihn selbst und nur wenige konnten einen solch dunklen, leblosen Ort ihr Zuhause nennen. Trotz seiner Wut und seines Zorns hatte Vader immer noch ein Herz. Es war der Schmerz von Anakin Skywalker, der das Monster Vader hervorbrachte und ihn zu schrecklichen Entscheidungen trieb. Anakin trug sein Herz am rechten Fleck und handelte impulsiv, in einem vergeblichen Bemühen, diejenigen zu schützen, die ihm etwas bedeuteten. Das war letztendlich auch sein Verhängnis, aber auch seine Rettung. Das Feuer in Vader erlosch mit der Rückkehr der Jedi-Ritter und das Flackern von Anakin wurde immer stärker. In einem Akt der Liebe kehrte das Feuer in Anakin zurück und entlud sich in dem folgenschwersten Akt der Selbstopferung, um den Imperator zu vernichten und seinen Sohn Luke zu retten. Palpatine war der Inbegriff des Bösen, so weit von menschlichen Gefühlen entfernt, dass er das Konzept der Liebe nicht begreifen konnte. Obwohl häufig behauptet wurde, dass er Vaders Verrat kommen sah, betonte George Lucas stets, dass er dies nicht tat, da der Imperator glaubte, dass Anakin für immer zerstört war. In dieser Hinsicht war Palpatine wirklich unverbesserlich, er hatte keine Achtung vor dem Leben, täuschte und tötete andere, um sein Ziel nach unbegrenzter Macht zu erreichen. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, welche Eigenschaft Vader an Palpatine besonders bewunderte, dann klickt ihr gleich links auf das entsprechende Video. Ansonsten wären wir jetzt auch wieder am Ende angekommen. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein! Möge die Macht mit euch ру пад��니다. Möge die Macht mit euch sein! Wir werden so ein bisschen diiary geht. Easter und free .